Willkommen zurück. Einer der wichtigsten Begriffe, wenn es um das Kritisieren von Theorien geht, ist wahrscheinlich der sogenannte Zirkelschluss. Also will ich ihn euch diese Woche in Kurzgeklärt auch nicht vorenthalten. Um das direkt klar zu machen, könnt ihr eurem Gegner glaubhaft einen Zirkelschluss unterstellen, habt ihr ihn aus philosophischer Sicht zerstört. Worum geht es also? Eine Argumentation sollte im Bestfall etwa folgendermaßen aussehen. These A führt zu These B führt zu Konklusion. Also Ergebnis. Eine simple logische Argumentation, an der es aus mathematischer Sicht nichts auszusetzen gibt. Ein Zirkelschluss ist nun so ziemlich das, was der Name schon sagt. These A führt zu These B, führt zu These A, führt zu These B, führt zu Konklusion. These A soll also These B beweisen, die gebraucht wird, um These A überhaupt erstmal zu beweisen, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, was rein logisch natürlich nicht funktioniert. Okay, den mathematischen Teil der Philosophie finde ich selber zum Einschlafen. Was bedeutet das jetzt also konkret? Ein Zirkelschluss liegt vor, wenn eine These durch etwas bewiesen wird, was später in der Argumentation auftaucht und erst durch die zu beweisende These bewiesen werden muss. Oder einfacher, ihr könnt eure Theorie nicht von sich selbst beweisen lassen. Also, ihr könnt schon, aber das ist halt Mist. Ein Beispiel. Nicht hören zu können, kommt von der Unfähigkeit zu hören. Hier wird versucht, die Tatsache, dass eine Person nicht hören kann, dadurch zu erklären, dass die Fähigkeit zu hören fehlt. Ein noch schöneres Beispiel wäre, Gentechnik ist zu wenig erforscht, deshalb potenziell gefährlich, weswegen Versuche eingeschränkt werden, mit denen sie erforscht werden könnte. Das Beweisen eines Zirkelschlusses und die dafür nötige Argumentation setzt natürlich voraus, dass euer Gegenüber weiß, was Logik ist und diese akzeptiert. Von daher, viel Glück. Das war's mit kurz geklärt für diese Woche. Wenn es Anmerkungen oder Fragen gibt, wie immer in die Kommentare oder an Fragen at exaktophiloblog.de.